Ging bei mir auch. Abschalten. Weil das nervig ist. Es gibt einen Nachtmodus, wenn du sagst, okay, Nachtmodus an und du dann nach zwei Stunden... Nicht so, was, dass er dann umschaltet. Beziehungsweise ausschaltet. Das finde ich dann ja okay, ne? Aber wenn du das so zwischendurch machst... Was? Du brauchst ja 60 Sekunden, um das wieder wegzudrücken. Ja, genau. Passt doch. Ey, das hatte ich doch grad das Lied. Geh weg. Meine Fresse ist hier viel Sand. Da passt das ein 5x5. Das liegt nerven gerade. Na ja, das hatte ich auch. Hab ich schon. Das kann ich auch mit... Das hatte ich auch. Nein. Ich mache wahrscheinlich noch zu weit, neigster. Ach komm. Oh. Oh. Oder was ist denn wir noch für? Ähm. Das Mabel. Das Mabel. Das Mabel. Mabel. Lass mir F3 an. Mabel. Hm. Salz. Ich höre zu mir hier eigentlich. Ähm. Höhe. 53. Ja. 53. Ja. Ja. Wenn ich noch gehen kann. Oder gehen muss. Hier haben wir ja keine Karte drauf. Nee. Warum wir ja auch nicht. Nee. Nicht wirklich. Die Orientierung und Wegpunkte setzen ist das alles schön, aber... Ja. Aber man kann sich ja die Punkte auch merken. Ähm. Ja. Ne Flash? Ja. Genau. Man kann sich das auf jeden Fall merken. Ja. Vielleicht mal aufschreiben. Habe ich ja schon. Wo das ganze Öl ist. Dass ich sowieso spaß. Lauf ich mit einem halben Stack. Beziehungsweise mit einem ganzen Beutel nur mit Eimern rum. Und hole das ganze Öl da hinten weg. Ja. Einen Punkt. Nee. Bist du nur am Öl schaffeln. Mhm. Oder du nimmst einfach 10 Milliarden Pipes. Du nimmst von einem Ding zum anderen dann mal die ganze Bible ein. Ist klar. Ja. Was denn? Ach was? Hier gehst du in eine Schlucht rein. 5.000 Dinger. 5.000 Beis wird genommen gewesen. Das Ding... Ist direkt an unserer Schlucht mit dran. Okay. Auf der anderen Seite geht das in die Sandmine weiter. What the fuck? Hilfe. Das ist doch ein Meisterdreißer. Das ist doch ein Meisterdreißer. Daher kommen die demnischen Zombie-Geräusche. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Gold und Redstone und die haben eigentlich ziemlich rar sind. Kann sein, ja. Als hätte ich... Ja, ich hätte jetzt einmal ein Gold-Ding gefunden oder so. Oh. Oder Redstone. Na zu dem Mist wieder unten irgendwo. Oh. 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 15. Wird doch gehen, ne? Weee. Haha. Ich habe gerade eine Fackel runtergeworfen. Cheater. Und ich kann was sehen. Unten. Weee. Durch den Shader halt, ne? Cheater solche. Das ist geil. Oh, ich habe Zubbies. Ja. Du auch. Ja. Dann werden wir da mal runtergehen. Den kann ich aber auch. Was haben wir hier? Eisen. 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 Eisen mal schmeißen. So. Das heißt. Eisen. 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 Ganz viel Eisen. Na ja. Sechs Stück aber. Ein bisschen was. Ich habe jetzt. Eisen habe ich. 15. Aber komischerweise ist es direkt in Eisenblöcke gegangen, ne? So standardmäßiger. Minecraft Eisenblöcke. Ja. Das ist normal. Ne. Sonst hatte ich immer dieses ganz andere Eisenzeug. Ich glaube das kommt darauf an, aus welchen das rauskommt. Das kann doch die auch sein. Ja. Na 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 ja. Das schmeiße ich mir rein. Und. Ah. Ah. Ja. Mach das. Ich habe ein bisschen gesund leben hier. Marvel. Marvel ist gut. Boah. Marvel ist gut. Boah. Was geht. Wackeling gebrochen. Du musst sagen wenn du hoch gehst dann geh ich ungefähr auch hoch. Das war so gleichzeitig wieder oben sind. Ja. Oder ich gehe irgendwann hoch wenn ich keine Spitzhacken mehr habe. Das kommt das. Oh ich sehe was grüne. Was ist das denn? Glaub ich ja gar nicht wie viele Spitzhacken hast. Diamanten. Ja. 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 Vier Stück. So was gibt es jetzt für schöne gute dir Rezepte. 27 Stück. Okay. Für den Controller brauchen wir einen. Fuck. Für Pipes. Ich weiß was wir den Controller brauchen. Warte mal. Moment. Bildkraft. Ähm. Hatten wir vorher bei Bildkraft nicht nur diese normalen. Also die. Die Bildkraft Pipes. Es gibt. Jetzt auch die anderen wieder. Welche? Die normalen hölzernen. Die gibt es standardmäßig drin ja. Das ist normal. Das haben sie mir aber nicht angezeigt. Deswegen ist das Problem. Ja. Aber normal dass sie drin sind. Damit kann ich viel besser arbeiten als mit den. Ähm. Mit den BC Silicon Pipes. Okay. Sind ihr waterproofed? Emerald. Heid Zombie. 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 Bist tot. Kartoffel. Cover. 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 Heid Zombie. Heid Zombie. Heid Zombie. ja aber hat das wirklich nur die zu nutzen finde eigentlich schon wenn man sie bauen können warum nicht wir haben wir haben doch kommen produktions dinge wo man richtig viel strom machen kann das kostet richtig viel strom sonst immer wir haben entweder die die creative geht ja nicht die kommt die kompeten da müssten wir öl haben die sterling bruch kohle und die wetzone funktioniert bei der ding nicht das heißt wir müssen schon auf doch die wetzone funktioniert aber nicht so viel das bringt nichts da musst du massenweise hinterklatschen ja wäre ja so halt ne was das wäre dann halt so dass sie nicht wirklich läuft so schnell aber dann ist das doch egal weil sonst haben wir wieder zu überpowered alle items warum das denn weiß ich nicht geht doch viel zu schnell sonst bis die einmal fertig ist mit ganz vielen wetzone pipes da mache ich lieber eine ganz gemütliche öl ding und wenn ich kein öl mehr habe ich kein öl mehr weil ich muss auch irgendwie gucken dass sie das öl herstelle das kostet ja auch energie und die kann ich vorher erst nur mit eisen gewinnen nach mit eisen mit kohle weil geht das ja auch nicht also ich finde das jetzt nicht overpower das ist sicher wenn du wenn die einmal läuft wenn du genug öl hast oder genug kohle dann läuft das ding aber muss erstmal ja generell aber wenn wir voll viele items haben so meine ich das halt ja ist nicht so übertrieben wenn wir standardmäßig modpacks spielen ja aber da brauchen wir die auch ja sicher hier finde ich es aber auch nicht schlecht wenn man sagt okay man kriegt jetzt ein sechweißer kohle mal ein bisschen raus guck mal wie wenig material du findest ja ich habe jetzt er hat diamanten gefunden bevor ich mit sonne gold gefunden habe unterwegs also mich auch schon gewundert hat aber es ist ja gehst du buddeln also schon sick redstone bevor du überhaupt was hast ja klar deswegen ist das nicht du musst ja nicht gucken wo sie stetig höre ich lasse dann einfach laufen ich guck dir einen woanders hin damit wie sie ist mir was der wenn du das nicht möchtest verschwinden die eintens ganz heimlich woanders hin muss richtig was denn da steigt mir so zu hause genau das tür das sieht aus wie jetzt dann verrat mich nicht dass bei manchen sachen die tun fehlen ja wenn du hier es gibt ja das erz in den anderen stein drinnen wenn das bei wetter maßner verwendet er sich automatisch direkt den normalen west zum block ok angeklickt hast noch nicht schlecht eigentlich mal witzung gefunden habe ja jetzt ganzen tag willst du ganzen tag unter der mine sein um mal ein bisschen mit sonne oder diamanten zu finden ich würde lieber oder ich baue lieber oben aber das gehört ja eigentlich auch dazu hatte ich eigentlich schon gemacht aber naja hast du mal dein mein kopf neu installiert ja eigentlich nicht ich bin ich jetzt mal da oben rein weil wir keinen platz dafür haben in die anrichtung bütteln schappeln schappeln mit die anrichtung bilden wir runter ist mal das machen die zombies unten bei mir immer ja 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 das mal klare kopf 1 2 1 2 zack den haben wir noch sicher irgendwo noch in der ronde welche zombies oder das war von oben hier kannst du den skelett hier die sehen ich fand durch das und pack ach da ich habe mich schon gewundert würde das herkommen da kam aber ein zombie von hinten ich tippe mal irgendwas über mir nein gar nicht auf zu lügen da oben ist es dann knallst du den oberknall ach stimmt doch gar nicht doch oh mein gott was ist los da ist eine höhle eine höhle hallo weil sie alle blöcke verbinden sich nicht standardmäßig alles was du abbrauchst yo wie viel eisen eisen vom eisen in der riesen schlucht oh mein ding ist voll nice aha wir haben ein bisschen ausleuchten ausleuchten oh gravel gravel brauchen wir ja 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 freu die mining tour grad so ein bisschen ja muss auch mal sein ja war ja sonst ganze zeit immer mit den feldern beschäftigt ich ich laufe erstmal durch und leuchte aus hm kein skelett ne war aber nicht viel cool cool oh noch mehr cool ja rolle ist schrocken aber da wollte ich nur meine spitze kapitel gekenn haha weil das jetzt in anderen sounds sind durch das soundback es hört sich manchmal an das wenn hier noch schönes kohle samtkohle samtkohle kohle 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 sind jetzt nicht explodiert sind eine kohle kohle wieder dadurch kohle findest schon einmal kohle findest dann findet es aber richtig das war schief glauben fast krank sein kannst du mit einem eimer wasser normalen zent machen man kann mit dem peri deut gar nichts machen auch so ein block ist ja scheiße da hat er wenigstens weg zu draußen machen können irgendwie nicht man davon findest du ordentlich was ja ich weiß auch nicht warum keine funktion dieser werkzeug wäre schon schön gewesen ja oder irgendwas keine ahnung da man kann es mit den village enttäuschen kinder so vielleicht geht das auch obwohl das sind ja eigentlich ja eigentlich aber das ist mein kohle gold ich hab gold gefunden nice dem stück nein ich hätte noch keinen gold gewonnen habe es doch wieder noch nicht gefunden ich bin ich ja eigentlich mit schlucht 30 knapp anderthalb stecks gravel ist ja brauchst du dringend das wasser kann ich eigentlich wenn ich hochgehe eigentlich die wege mitmachen ne ja dafür ist es auch da dafür ist es ja auch gedacht ne das hätte ich jetzt nicht gedacht ne das wäre jetzt einfach nur weil du lust hattest dazu schwimmt im wasser rum ist das viel heller kohle kohle meine augen ja ja warum was ist das denn für ein schöner stein ich hab da nicht mal ein paar vermitteln und so hier haben wir lava 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 fisch ist bombastisch er ist nicht ausplastisch nicht marbel marbel ganz viel marbel 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 ja auch mannig wie geht es was wenn ich gefunden gehabt vier stück die ganze mir nicht in wenden sonst würdest du nicht so gierig nachfragen glaube nicht du willst sie haben ich sehe das genau nein ich will wie viel bräuchte ich brauche acht wie viel bräuchte für die krari genug also ich werde ein für den controller nehmen da wollte ich noch eine rüstung haben das 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 wohl ich brauche ja mindestens vier elf räucher allein schon und gold bräuchert 16 stück ja klar ich mache ich mache den konto also ich mache aus den vier stück mache ich eine spitzhacke schau mal nötigen und einfach den controller ok nee nee das ist schon klar teuer dass wir angesteckt du sau was denn ich habe nichts gemacht du hast gegeben du penner wobei ich gerade richtig bock drauf hätte die 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 Untertitelung des ZDF, 2020